Erst begrüßen unsere Wollhansinnen aus der Möhringer Vorstadt, mit deren Namm und Ruf Wolle! 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 Wir sind freundlich zu der Wilhelm Gantler und sie waren schon 25 Mal bei unserem Umzug und das wird schon mal auf 2020. Wolle! 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 Wir begrüßen den Verein zur Pflege des Brauchtums, leilige Blaumeure. Ihr fünfweißer Storch ist mehr und Ihr Narrenhof ist nebelhaftes Leinerzwand. Nebelhaftes Leinerzwand! Leinigste Kugel ist erkannt! Ist ja ganz einfach! Was? 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 Jetzt begrüßen wir die private Gruppe die Kickerherzen! Mit ihrem Namen ruft Patsch, 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 die Zuchtmeisterin Gerlinde Krüger-Schäfer und sie waren schon 18 Mal bei uns, aber sie sind mit uns gelaufen und es ist jetzt schon mal 2020.